Du musst mir ein paar Schwitzer-Dingse-Items erklären, gell? Bin drin. Welches? Warte. Wo ist der? Wo ist das? Ja. Ich hoffe, das geht dieses Mal, weil letztes Mal ging es nicht. Keep him back, keep him back. Oh mein Gott, was ist mit dem Auto passiert? Warte, blöde. Rocket League Garage, ich gehe gleich ganz gut aufs Klo. So, wei- Äh, ja, die Brille sieht ein bisschen mehr zum Auto. Okay, ähm, ich nehme das ganz normale Auto, Standard-Auto. Ich habe die Standard-Lackierungen alle und, ähm, einmal diese Lama von dem Lama-Event. Habe ich doch nicht. Bei mir ist gerade ein Fehler aufgetreten, deswegen vielleicht. Äh, ja. Warte, mir wurde gerade eine Nachricht geschrieben. Äh, soll ich dir jetzt helfen im XP-Punkt? Äh, nee. Äh, ich glaube, du hast... Äh, äh... 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 Warte. So, ich schick dir einfach von meinen ganzen Dingern die Bilder. Okay, den Rest habe ich nicht. Also, ich habe nicht so viele Sachen, weil ich Rocket League erst seit Season 3 wieder richtig habe. Okay? Also, nicht... Wo? Wo? Wo ist es? Ja, habe ich. Ja, habe ich. Flammenwerfer, ja, habe ich. Ja, okay. Da kommt ein klassisches Lama. Oh, in Lila sieht's geil aus. In Lila. Oh mein Gott. Warte, aber wie kann man... Wie kann man traden, ist die Frage. Ich wollte es eigentlich wissen. Wie kann man traden. Wie kann man traden. Warte, ciao. Biss... Biss... Die Lackierung sieht auch gar nicht mehr so schlecht aus. Alter. In... Ne, in Lila finde ich sie ein bisschen schöner als in diesem... Äh... Lass die da, die sieht eigentlich ein bisschen schöner aus für dich. Äh, Rocket Pass. Er denkt, wir schaffen für mich heute zwei Stufen, zwei Rocket Pass Stufen. Weil dann kriege ich so ein Pack halt. Ich habe noch nie so ein richtiges Pack geöffnet. Ja, ihr habt ein Berat. I'm so ready. Warte, Garage. Warte, ich nehme in Garage mal die anderen Reifen. Ich finde, die anderen stehen mir ein bisschen besser. Stell dir vor, ich ziehe dann dieses kleine Auto. Wie heißt es nochmal? Dieses kleine da, dieses schwitze Auto. Wahrscheinlich. Aber schnell Bobbycar gezogen. Du hast ein Eigentor gemacht, kann es sein? Achso, warte, nee, das war es nicht du. Ja, ja, ich dachte, das wäre gerade ein Eigentor, weil das gerade so aussah, von meiner Perspektive. Ja, okay. Das war nur Glück, das war nur Glück. Bäm, okay. Der ist drin! Warte, ich habe einen Kommentar bekommen. Hallo, was geht, Schokoriegel, Laura? Ich täusche an? Okay. Ja, okay. Oh mein Gott. Das sind alles Schwitzer, ist das Ding safe. Ja, man kann mit Doppelt-X springt man höher mit Doppelt-X. Achso, gut. Ich bin halt ein bisschen lost. Ähm. Oh, jetzt. Ich glaube, die haben schon unser Antäuschen durchgespielt, Alter. Ja, ich auch! Er hat uns Zops genommen, Digga, das sind Schwitzer. Merkt man schon an der Kronen und so. Ja, ja, komm, komm, mach mal. Ja, okay, Tosche. Ach, tsch. Aber das ist eigentlich am Anfang ein guter Plan zum Guttore. Oh! Der ist wieder reingeflogen. Das war so ein kleiner Head-Rick. Ich bin... Ja, ja, ja. Ach, der war scheinlich. Der hat mich geboomt. Der hat kaboom auf mir gemacht. Ja, guck mal, was die auch für Autos haben, Alter. Gleich mal an! Ich hab allen weggeboomt. Tschüss, was machen die aus uns? Digga! Die sind Champion 1 oder so, Alter. Oh, Jesus. Ja, ich hab den weggeschossen. Oh, Jesus! Ich hab den weggeschossen. Ah, ja, Digga, wie schnell die sind. Probier ich nicht mal in der Vorlage. Ich brauch Teilnahme. Ja, du bist ein Free-to-Play-Spieler. Was? Ich dachte, das wär kein Tor. Sah das auch grad für dich aus? Guck mal. Guck dir den Bayern. Guck. Okay. Digga, welche Liga spielst du, Alter? Dass so krasse Gegner kommen. Champion-Liga 1 oder was? Wahrscheinlich. Wie kriegt man Champion-Liga 1? Ja, das war aus Versehen. Nein! Der hat mich... Der hat mich... Ich bin scheiße. Das merkst du jetzt. Okay. Guck dir den an. Guck mal, wie der mich weggewustet hat. Guck. Ich war halt so nach hinten. Digga. Okay. Okay, ich glaub, ich bin Goodman-Führer. Ja, bei mir kommen nur Bots. Na, ich bin... Digga, ich... Ich zock seit Season 3. Ich bin aber immer noch besser als Fake-Warnabies, das Traurige halt. Ist so, ich mach nur Tore, weißt du was? Ey, Digga! Uff. Du hast mich weggekickt. Bitte. Bitte. Der hat hier noch unendlich boost gefühlt. Ach Gott. Ich raste hier gleich aus, also. Gleich erleben die mich in Wütens. Ich raste hier noch haben. Iiiiii! Nein! Ja, ja, ich weiß. Ja, wollte ich ja, aber den... Lass mit abstorben, das juckt mich nicht. Das juckt mich in diesem Game nicht. Nein! Nein! Alter, Digga, dieses Spiel ist mir zu kompliziert. Das ist... Das ist kein FIFA. Ich dachte gerade... Ich dachte gerade, ich muss passen. Lach mich jetzt nicht aus, aber ich dachte gerade, ich muss mir für die Pass mit X, gell? Ja, ich glaube, das sagte gerade mein Kopf. Ja, ja, weil ich dachte, ich dachte so Ball und dann Fußball und dann Ball mit Otto mit X. Digga, er kriegt doch jeden Ball. Der hat... Der hat Dribbling durchgespielt gefühlt. Ich hab den weggekickt. Ich hab den noch ein bisschen weg. Das mach ich immer, weil ich wusste mal, der geht. Nichts weg. Okay, egal. Weißt du, das Ding ist... Was machen die da? Ich bin fast Level 10, Digga. Mir fällt so ein bisschen. Ja, das ist jetzt schon. Ich bin los in diesem Game. Hey, was für? Okay, ich lief schnell, oder? Ich kann gerade irgendwie nicht liegen. Ich kann nicht liegen. Nein. Okay, ich muss auch was in der Garage machen. Was kriegst du da? Hä, was mach ich die ganze? Kann sein, dass ich lost bin? Ja, kanns. Nee, ich will keine neuen Modus zu spielen. Kann ich starten? Spiel, dann muss ich was drücken nachspielen? Zweikampf. Was? Zwang los. True versus True. True versus True machen. Du merkst jetzt schon meine geilen Skills in diesem Game. Ich bin Schwitzer hoch 10, Max. Wie bist du so gut geworden? Der Hai hofft, dass wir gewinnen. Blau. Blau. Täusch an! Täusch an! Täusch an! Die haben uns Hobbs genannt. Ich war dort, aber der hat ihn hoch geschossen. Bei dem, bei dem, bei dem, bei dem... Wo du... Guck. Guck dir. Du teust ihn an. Hey, muss ich doch, oder? Ah, ich bin scheiße. Ja, okay. Boah, tschüss. Alter, was machen die mit mir? Nee, komm nicht. Oh Allah, wie sehe ich für dich aus? Ey, Bro, immer noch. Wie sehe ich für dich aus? Wie sehe ich für dich aus? Ich bin scheiße in dem Game, okay? Du hilfst mir lieber. Das ist auf ihrer Seite. Perfekt. Na ja, warte, warte. Ja, Digga, ich wollte Dings, ich wollte Pust holen. Bro, Digga, meine Kameraeinstellungen sind noch nicht so gut. Ja, keine Ahnung. Vielleicht der, wo rückwärts fährt. Ja, meine Mutter fährt rückwärts, wenn sie aus der Ausfahrt fährt. Hä, warum? Echt? Du kannst nicht mehr schlucken. Verstehst du schlucken? Ja, ich weiß. Früher waren auch nicht so viele Schwitzer da. Wartet schon, ich hole mir schnell, ich hole mir schnell einen Boost. Und, hui, oh scheiße. Du kannst nicht mehr schlucken. Du kannst nicht mehr schlucken. Oeps. Tschüss. Ah, ich werd die ganze Zeit weggebummt, Alter. Wie seh ich denn für sie aus? Wie ein Spielzeug oder was? Ja. Nein! Guck mal, guck mal, ich wollte den noch abblocken. Ging gar nicht. Wer wurde weggebummt? Nein! Ja, Digga! Ja, aber nicht recht es auf! Ah ja, die fucken uns richtig ab. Der, obwohl ich gruppen! Junge, Junge, wie seh ich für dich aus? Ui! Ui! Du hast mich weggeboostet! Du hast mich weggeboostet! Ich kann boost genau geben und dann hast du mich weggeschleudert! Ja und? Was juckt mich das? Komm! Ach nee, ich hab keinen Bock mehr, weil ich... Also, dass ich keinen Bock mehr hab... Ich mach mich aggressiv! ja der Heilbring die bringt kein Glück. Ich hab den weggebumt. Und er hat dich weggebumt. Nein, war ich nicht. Ich guck. Junge, wie gesagt, okay, warte, ich muss mich nur aufhören. Das ist die Frage des Zeit. Ja, ja. Ja, okay, lass eins gegen eins, aber lass reden. Ja, ich auch. Lass aber trotzdem, wenn man noch redet. Sissi, Brenner, Brenner, ich hab ne Nachricht bekommen. Ja, bin wieder da. Ja, ich bin wieder da, ja, ohne Bär. Leute haben diskutiert, doch, letzter Post war, letzter Post, wunderbar. Sieht man ihre Nippel, sieht man ihre Tü... Ja, komm. Junge, wie kann ich mich hier jetzt verpissen? Verpiss dich mal. Verpiss dich, hab ich schon gesagt. Kannst du dich jetzt verpissen, bitte? Was? Wie kann man rausgehen? Sag mal, wie ich rausgehen kann. Aber du bist immer noch drin. Ah, wir zusammen machen eins gegen eins. Hä, aber ich werd doch rasiert von dir. Bro, ich werd rasiert von dir. Wie gesagt, wie seh ich für dich denn aus? Wie ein Gott, oder was? Was muss ich jetzt, äh, beitreten? Ja, hab ich. Okay. Ich bin aber schlecht. Okay, 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 okay. Okay, spielst du ein bisschen Torwart? Warte, chill, ich hab ne, ich hab ne Nachricht bekommen, okay? Äh, da kannst du mal. Naja, ich... Okay, jetzt, okay, jetzt geht's wieder. Äh, so lange will ich bitte keine Nachrichten bekommen, weil Alex muss tricksen. Hast du Hacks oder so bei dir? Zeigst du dich so ne Linie an. Seit wann kann man so komische Attacken machen? Das Spiel ist so, kriegt man die XP? Okay. Ich bin besser Trebbler. 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 Okay, aber viel Spaß. Oh! Oh! Junge, ich hab jetzt schon mal... Ich hab'n Blitz, Digga. Keine Ahnung. Oh krass. Will ich aber nicht. Nein, niemals. 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 Ich werd' mich niemals ergeben. Alter, chill mal. Gehe, schau auf. Ja. Was geht denn jetzt? Und... Was ist denn sonst? Sorry. Ist denn schon... Ich hab' ne... Ich hab'ne nicht mehr. Ich hab's später gecheckt, du scheiß Jeter! Guck, jetzt mach ich Tore! Komm, fahr gegen mich einmal! Komm! Fahr doch einmal gegen mich! Was ist mein Tor? Was ist dein Tor jetzt? Was ist mein Tor und was ist dein Tor? Ah, dein Tor ist ja schwarz! Stimmt! Du bist ein Nigger! Weil du ein Nigger кораб wisst! Du bist ein Nigger! Warum fahr ich gegen dich auf? Warte, Timo.. Hey, chill mal, chill mal. Du bist ein scheiß Hacker, das bist du jetzt. Ah, der wurde bockt. Mach bereit jetzt, du Fettsack. Ich starte jetzt, meinte ich, du Fettsack. Kiepembe, kiepembe. Komm, Lirne. Nein, ich wollte... Du Arschloch, gell? Du wusstest das. Mach doch mal schnellere Reifen. Das würde mir jetzt was bringen. Hey, ich kann mir ne Attacke nicht aus... Das Ding ist, ich hab nen Real Fuß, gell? Ja, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Alter, das ist ja viel zu OP, Alter. Ach, ja guck mal. Du hast gar keine Trimlings. Willst du wieder Torwart spielen? Nein. Wui. 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 Halt. Digga, was hab ich wieder? Digga, du bist jetzt.... Ahahaha. Digga, ich hab kein Bock mehr. Das Ding ist, ich hab so einen Klebedingster. Auf einmal geht es ins Tor. Guck, guck mal, wie's hat die, guck mal! Guck, ich will sch... Da hatte ich keinen Bock mehr. Da hatte ich keinen Bock mehr, Digga. Er mag dich einfach mehr als mich ist das drauf. Reicht, komm, komm. Ja, aber, bitte. Oh, Arschlauch. Nein, ich hab ein Tor gemacht! Cool! Aber das macht voll Bock, dieser Moog. Ich steh gleich aufs Klo, Digga. Ich will gucken, wie viel XP ich bekommen hab. Bereit. Machen wir auch bereit. Ich hab keinen XP, glaub ich, bekommen. Du kriegst keinen XP, hier. Du kriegst keinen XP, hier. Ich will gucken, wie viel XP ich bekommen hab. Ich bin aufs Kloch. So, ja, ich tisch aufs Kloch. Ich bin aufs Kloch. So, ja, ich bin aufs Kloch. Tut mir leid, wo bist du, wo ist der Ball, wo bist du, ach du Arschloch, du bist ein fettes Arschloch, gell, mh doch, ich will eine neue Fähigkeit bekommen, wenigstens eine Vorlage, wenigstens das, warum zieht der sich nicht an, ziehst du dich an, guck mal, guck ich dachte, du springst nicht, guck mal, ich will ihn anziehen, was macht er, gar nichts, ich muss noch mit den Fähigkeiten üben, wallah billah, ja, nein, ja, es ist, nein, er ist nicht weg, er ist da, er ist da, hab ich dir doch gesagt, ja, gell, dunkel, warum bin ich auch die ganze Zeit weiß, vielleicht will ich kein weiß sein, okay, durch, nein, Digga, ich hatte keinen Boost, du hattest so Glück, dass ich keinen Boost habe, guck, ich dachte, ich hätte noch Boost, guck, guck, siehst du, und dann wollte ich nochmal so rausschleudern, Junge, kommt meine neue Fähigkeiten, mir ist schon langweilig geworden, es gibt Schwanzballen, geil, was, ja, ja, ach, du Aufschlag, du bist so ein Baskin, ja, ja, gut, ich krieg nicht viel, das ist gut, ja, ja, bitte, der geht nicht rein, bitte, oh Gott, was machst du mit mir nur, ist die Frage, grad, nein, nein, was, guck, guck dir das an, guck dir das an, guck dir das an, guck mal, letzte Sekunde, letzte Sekunde, dachte ich mir so, ich hab mir so, letzte Sekunde, guck mal, wie der sich loslässt, ich dachte, scheiße, ich hab reingeschissen, komm, willst du weiter Torwart sein, oder soll ich noch mehr reinmachen, guck mal, ich fühl mich auch wie eine Maschine, ich fühl mich auch wie eine Maschine, Allah, billah, guck mal, bitte nicht, bitte nicht, ha, nein, ich schwimme, ha, du Arschlo, ha, ha, bist du nicht, Alter, bitte, nein, ja, ja, nein, 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 ja, nein, du ist aber der Magelüde, der entschmuchte, ha, ha, diese, ha, 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 putz, nein, ver, ha, ver, ha, ver, ha, bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nein, oh nein, er hat gerade durch jemand gerufen, es war aber richtig Spott dieser Modus, wie heißt der Modus eigentlich, nein, bitte, warum zieht der Ball sich nicht an, was ist das für ein Arsch, ich hab gesehen, was ich für ein Lionel Mercy Trimling hatte, ver, nein, nie, ich hatte zwei Sekunden bis zu meinen Kräften, komm, sag mal bitte ein, mein Torwart noch, ach, du Arschloch, du, ja, ja, ich hatte Hoffnung, den, hast du mir geklaut, den Lust, gell, nein, hab ich nicht, ich hatte keine Eiskräfte, nein, wie geht eigentlich Eishockey? Nein, ich konnte nicht ablocken, ich bin zu blöd zum Ablocken, das bin ich, nein, guck sie bitte nicht an, bitte drück einfach, guck, guck mal, guck dir das an, guck dir, Junge, ich hab gerade, ich hab gerade die Orientierung verloren, da bin ich, guck dir, Junge, Messe, nein, ich hasse Eishockey, oh danke, 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 warum bist du immer so ein Genialitäts- Boss? Warum teleportier ich mich nicht? ja, 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 aber ich krieg kein nix bestes Ding, du Arsch, ich bin schon Hauptmini gekommen, du Schuchtel, was soll ich machen, was soll ich machen, was soll ich drücken, was soll ich was? ich hab zwei Aufgaben fertig, xp, was, nein, bin ich nicht, nein, okay, ja, 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 Rocket Pass, ja, ich bin doch Stufe 5, ja, ja, wie ist das, ja, Wir können sie da von mir. Hör, du bist mein Noght. Ey, äh, weiß wie ich mein Pack öffnen kann? Pack, wie? Was? Wie? Wie? Garage, ja? Ja? Wollen wir mal tauschen? Oh, no. ich frage ich hab mein pack glaub ich ja ich hab mein pack lila blau ich hab mein auto gezogen aber das sieht echt hässlich aus schuld schuld wo ist das ich hab das nicht ich hab das pack geöffnet warte das hat es wie meinst du ein trof ehrlich was habe ich für das Auto gar nicht warte, ich will ganz kurz gucken, wo das Auto ist ich glaube, du hast recht, dass du irgendwo bist ja, okay, dann ja, ich bin bereit ich will ja das Rund flav programa wie geht was kann soll ich hohe Bälle schießen? Boah, ich mache keine hohen Bälle ja, aber ich lebe euch einenацияier auswärtig Oh, du Arsch! Okay, warte. Oh, danke. Waskabell ist echt schwer. Nein! Das ist so eine Lack-Sache! Nein, nein! Das nervt so hart! Ich fand den aber mit den Superkräften hat ein bisschen mehr Spaß gemacht. Da musst du, da verbesserst du dich halt. Was? Ah, warte. Nein, ich hab nicht. Ich hab nicht mehr so ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ich hab nicht mehr Spaß gemacht. Ich hab nicht mehr Spaß gemacht. Ja, jetzt startest du wieder rein. Oh Gott! Das ist so schwer, dieser Modus! Dieser... Nein! Ich bin stuck! Ich war grad stuck! Ich war grad am Tor! Bin ich drinnen gewesen! Irgendwie mit meinem Motor! Oh Gott! Ja, ja, aber ich war mit dem Motor in so einem... in so einem... Ich hab nicht mehr Spaß gemacht! Und ich hab den Motor in so einer... Ich hab den Motor in so einem... Ich hab den Motor in so einem... ...und ich hab den Motor in so einem... Nein! Nein! Ja schön! 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 SchEiiße! Scheiße! Scheiße! Schön! Schön. 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 Hässlich. 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 Ja, keine Ahnung. Habe ich auch schon langsam vergessen. Nein, das ist mein Tor. Das ist mein Tor. Ja, ja, ich sehe so Linien hier. Hier. Hattest du gerade Hoffnung? Nein! Bitte, 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 bitte. Ja, nice. Eine Minute. Nein. Nein, ich habe dich gar nicht gesehen. Wo warst du denn? Ja, habe ich auch bemerkt. Du warst James Bond auf einmal. Ja, du bist auf einmal James Bond geworden. Er hat dir erlaubt, James Bond zu werden. Ja, okay. Nein, ich kann es schaffen. Ich kann noch ein Tor schaffen. Oder du kannst noch ein Tor schaffen. Ich hoffe aber, ich kann ein Tor schaffen. Das ist dein Tor. Ja, das war ich auch vorhin dort. Was das meint? Engolo, Engolo, kannte. Kannte. Nein, der war nicht. Der ist nicht drin. Das sah gerade so aus. Aber ich habe immer noch kein X-Pay bekommen. Bereit. Ich bin bereit. Was heißt rumbeln? Mach mal rumbeln. Ja, ja. Ich glaube, das ist ein ganz normaler äh, Modus. Glaube ich auch. Aber die Tore sind ein bisschen größer, oder? Sieht so weit ja aus. Ah, das ist wieder mit Kräften. Und dann kriegst du noch Rambo-Kräfte. Krieg... Ja. Ups. Ja. Okay. Ja, okay, lass... Merkst du, ich bin besser, als du gewonnen hast. Ich habe... Keine Ahnung. Was? Jawoll. Denk nicht dran. Tränk nicht dran. Tränk nicht dran. Tränk... Hattest du Stärke? Hast du so diese Stärke, Buß? Was? Was war das? Was war das? Sag mir was? Ja ja, was merkst du, ich bin schon Van Dijk geworden. FIFA-Spieler. Ja, das war doch nur Spaß. Du weißt ja Bescheid, das war ja nur Spaß. Duverse. Danke. Du Tötant, hattest du wieder die Stärke oder nicht? Achso, aber das wär geil, wenns nur Rambo geben würde. Keine Erfahrung, warum wärst du mir hinterher, ein schwarze Geitel. ich hoffe ich wollte zu wand ganz gut ja auch nichts gemacht so zu sagen gar nichts ich habe gar nichts will er mal kommen oder ich bin so schnell alter das regt mich schon auf so schnell bin ich du bist Leroy Sané du bist so schnell da bin ich Leroy Sané Sané ich bin Sahnekuchen kennst du Sahnekuchen nein ich bin so kackend verpiss dich verpiss dich are you are you done are you done the random ich dachte ich bin so ein Lacker und ich mache so Fußball du willst aufs du Arschloch du digga du du nein das habe ich schon mal gemacht okay war abzinn Alter, was war das gerade? Merkst du, habe ich mir besser gewonnen? Okay, es geht. Ich bin Abdi, kennst du nicht Abdi? Die Straßengang, Abdi? Als ob sie würden. Straßengang. Oh, du willst diesen machen? Dann mache ich mit dir diesen. Nein. Okay. Du Abdi. Das Straßengang, hauseinander genommen, hauseinander genommen. Bist du gut? Ja, Zufall. Zufall, ich denke nicht. Nein, das ist es nicht. Nein, aber ein Tor. Warte, ich will es einkaufen. Guck mal, ich fahre irgendwo hin. Ich wusste nicht mehr, wohin ich fahre. Ich wollte ihn einfach... Irgendwie machen. Das war leicht geplant. Ich wollte es irgendwie machen, aber ich wollte ihn nur zum Tor so leicht boosten. Merkst du, ich werde zum Ramboyler. Ich werde dein Vater schon langsam... Oh, okay. Alter, du... Nein. Warum hast du immer boost? Sagst mir. Warum? Sag mir, warum? Nein. 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 Ich dachte, ich habe schon gewonnen. Ich habe... Ich habe schon... Ich habe schon die ganzen Chicas in meinen Augen. Ich habe schon die ganzen Chicas in meinen Augen. Auf. Keine Ahnung. Ja. Nein. Was? Digga, was war das? Ja, keine Ahnung. Ich schrei immer gerne. Abdiiil. Abdiiil. Wollen wir noch ein Tor machen, oder was? Guck mal, ich bin Schwitzer geworden. Ich bin Schwitzer geworden. Was sagst du? Guck mal, wie eklig ich spiele, Digga. Nein, Fünf. Alter, ich, ich. Was war das Rad? Was war das Rad? Was war das Rad? Was war das Rad? Einfach Eis. Ich hatte gerade so Lack. Das macht aber schon Bock, diese Modusse. Hm? Was ist Blechfußball? Wieder mit Superkräften. Superkräfte macht Spaß. Digga. Ich denke, ich bin oben. Ah, ich bin oben. Das ist so. Aber wir haben keine Superkräfte, leider. Ich bin aber schon gut geworden, gell. Zu Gegensatz vorhin. Ui. Und hat einfach schnell verlernt, wegzumachen. Ich will den Tor noch mal angucken lassen, den wir angucken. Gehst du gut? Zufall? Ich denke nicht. Alter, du Arschloch. Das ist auch immer Wust, gell. Hast du's gesehen? Zufall? Ich denke nicht. Zufall? Ich denke nicht. Du warst kurz davor. Du tust mir schon leid. Du warst kurz davor. Nicht weinen. Nicht weinen. Nicht weinen, hab ich gesagt. Und es gibt Schläge. Und wenn du weinst, gibt es Schläge. Es... Nein, es war nicht mein Tor. Du... Ja, hast du wirklich. Weil ich wollte gerade weggehen mit dem Mal. Ja, wollte ich ja. Dann hast du mir euer Ball weggenommen. Welche? Ich finde jemand macht Spaß. Das mit dem Hoch, äh, Hoch. Dicke, aber das mit dem Eisball ist unvergesslich. Da siehst du gerade diesen... Hast du gerade diesen Tribbling gesehen? Lionel Messi war ich gerade, Dicke. Ich war gerade nur ganz kurz... Lionel Messi, 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 Lionel Messi. Okay, jetzt geht's Schläge. Wieder ein Tor. Ey, du kannst zwei XP fahren. Sagst du. Dicke, ich hab noch zwei Minuten. Denkst du, ich will zwei Minuten in der Map alleine verhaken, Dicke? Nein, Dicke, ich hab sechs Tore und du hast mir noch mehr Zeit gegeben. Du Fettsack. Ja, hallo. Dicke ich, du Lügner. Ich hab's doch vorhin gesehen. Aber ich hab aber ne Aufgabe gemacht. Ja, okay, einspielen. Aber merkst du, dass ich mich verbessert hab? Merkst du das? Warte, ich geh grad raus. Ja, ich bin draußen. Ich bin draußen. Not here, I'm ready. Ein, diese Schwanz. In meinen Arsch. Ach, der muss mit Tore, aber es wird grad heftig als mit Schwanz. Jemand hat mir ne Nachricht geschmückt. Ich schau... Stimmen kann ich... Wie schau... Wie schau... Wie schau... Wenn der Leistung wirklich schaut, kann der mitspielen gerne. Was ist der? Was hast du gestarten? Ja, ja, aber ich find diesen Modus scheiße. Nee, der ist scheiße, der ist scheiße. Irgendein Typ. Ja, ich hab den mal. Ja, kann man mitmachen. Ja, ja, aber bei mir funktioniert die leider nicht. Vielleicht kann ich mir fragen, was da los ist. Vielleicht was bei mir macht. Schau mal, schau mal, schau mal. Ich hab den Katzenbild. Hä, bei mir hat hier keiner Katzenbilder. Warte, da ist schau... Warte, 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 warte. Ich muss ganz kurz gucken, wie du heißt. Mein Schau... Er hat mich ein paar Tage lang, ich lade dich gleich ein, okay? Hallo? Was geht? Was ist das für ein Rauschen? Im Hintergrund. Na ja. Was geht? Ey, aber nicht wundern, ich bin scheiße, okay? Nicht wundern, ich bin scheiße. Hallo? Hast du eigentlich zugeschaut? Oh, jetzt. Ja, was geht? Was geht? Hast du mir die ganze Zeit zugeschaut? Hm, hm. Hä, von wo weißt du, dass ich live stream? Inga, inga, warte, mach. Haben wir auf Sturm geschaltet? So. Man hat die ganze Zeit ein richtig lautes Rauschen. Jetzt. Ja, jetzt. Hui. Und das geht. Äh, ja, ich schicke dir eine Freundschaftsanfrage, dann kommst du mit uns rein. Bist du gut in Rocket League? Ich bin Champs-Spieler. Ah, ein Champs-Spieler. Guck mal, guck mal auf mein Profil, das Hintergrundbilder an. Hat muss ein Profil? Äh, zu rupfen, dann. Ich bin aber echt scheiße, also nicht wundern, ich bin scheiße, okay? Geht mal bei mir auf mein Profil und guck mal in den Hintergrundbilder an. Bei mir zeigt nichts an. Ich bin klar, ich bin klar. Tschüss. Ich kann doch frühstern. ja dann mach mal 11 von 3 gegen 3 aber bitte unrankt weil ah nie oh cool das ist ja nicht hier bin ich nur gold 3 er da mag ah nie da mach anwendet der Skopenanführer aber nicht wundern ich bin echt scheiß so ok nicht schlimm oh das ist rauschen ich bleib auch in also ich bleib ich bleib hier 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 ich sehe den Ball gar nicht ist das Ding dann drückt einmal dann drückt einmal ja ich weiß aber ich sehe irgendwas gar nicht ist mir viel zu schnell hier 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 Warum sag ich das? Äh, was für Fake-Wannabe? Warum sag ich zu dir Fake-Wannabe? Ich meinte, äh, denkst du? Ja, blöd. Kurzgewunder, fahr du, fahr du, fahr du. Nice. Lass los, lass. Ja, tschüss. Lass. Wow. Oh, gut. Der, er macht nur die Tore, warum ist er so gut? Ich fahr. Perfekt. Los. Ah, perfekt. Soll so ein Finch werden. Oh, was mach ich hier? Ich fahr ein bisschen. Oh, was mach ich? Ich fahr ein bisschen. Ich fahr ein bisschen. Ich fahr ein bisschen. Ich fahr ein bisschen. Stop. Mach im Atem. Wer Abend ist von euch so ein Version gekommen? Ich. Da stehen wir ein bisschen ab, Aua. Okay. Es redet jetzt gar keiner mehr hier ab uns. Ja, was sollen wir sagen? Warum bist du eigentlich so gut? Ich bin gut. Geh'n du, Gigi. Warum sind die, he? Ja, weil wir verlieren. Jetzt machen die erst mal noch ein Tor. Das ist einfach Instant Karma. Das ist Instant Karma-System. Okay, das würde ich mit dir wissen. Ich bin auch online gespielt. Oh, du bist so leise. Ach, warum so leise reden? Nein, 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 bitte nicht. Das ist komisch, auch so ein niedriges Niveau zu beschreiben. Soll für dich doch einfacher sein, oder? Ne, anstrengender. Ich frage mich nicht, warum. Ich habe halt nie Bußesystem. Ich frage mich zurück. Du musst gleich ganz kurz mit meinem Hund raus, okay? Ich frage mich. Ja, Gigi. Gigi. Was für Gigi? Ciao. Ja, keine Ahnung, der ist voll komisch, Alter. Keine Ahnung, weil der komisch ist. Was für der Scoot, der ist scheiße. Seth hat uns angelungen, dass der Champ 1 ist. Das ist ja wirklich Champ 1. Das ist ja gut. Aber er war gar nicht mal so gut. Ich? Maxi weiß wo? Welcher Champ? Ist das 3 besser oder 1 ist besser? Achso. Ich dachte eigentlich... Alex! Ja, ich gehe mit meinem Mund raus, okay? Ich gehe mit meinem Mund raus, 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 ich gehe mit meinem Mund raus. Vielen Dank. 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 Offen, 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 offen. Bin ich der Einzige, der sich schon mal... Ich hatte gerade das Wett... Hallo? I can't... Are you gay? Are you gay? Good. I can't... I can't... I can't... I can't... Ich... 70%... I can't... 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 Vielen Dank.